Hallo, ich darf euch wieder begrüßen. Ich bin's wieder, Meran. Das ist mein Kanal heute und ich mache ein Video hier. Weit oder Pflicht. Okay, dann sagen wir, es geht los. Aber warte, ich stelle euch erstmal meinen Bruder vor. Maisam! 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 Komm her. Ja, das ist mein Bruder, Maisam und... Ja, oder? Wir machen Pflicht oder Pflicht. Ja. Okay, dann reden wir nicht so viel und wir lassen losgehen. Ohne Scheiß, das dauert echt lange. Guckt erst, ich habe erst, warte. Erst, zwei. Das dauert so lange. Oder? Ja. Okay. Wir machen weiter. Okay, jetzt sind wir fertig. Und jetzt leg mal los. So viel machen wir mal. Okay, ist egal jetzt. Und komm. Maisam! Scheiße! Ja. Scheiße! Ich muss nicht... Scheiße! Ich muss nicht... Und ich habe diesen. Ich mache einen Bruder. Und ich habe einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Stimme das! Ja! Meilsam, sieh! Ich hab noch ein Ziel! Die kann ich losmachen. Zeig mal was es ist. Guck mal was. Das ist jetzt für meinen Bruder. Das wird mein Bruder als Zinesin unterreden. So muss ich mit Kabel in deinen Rücken schlagen. Juhu! Ich muss mit Kabel in deinen Rücken schlagen. Oh! Mehr und mehr, das tut bitte weh! Danke! Ein kleines bisschen, komm! Mach hoch! Mach hoch! Oh, das tut weh! Guckt! Könnte ich deinen Rücken weh? Okay, jetzt muss ich schlagen oder was? Oh! 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 Da ist mir gerade! Haha! Okay, jetzt bin ich dran! Nein, es ist nicht dein Stück! Na, ich muss sie! Okay, ich hab gezogen. Hier, wir gucken was steht. Du musst dich schlagen. Du musst dich schlagen! Nein, ich muss mich schlagen. Zieh! 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 Wie dumm bist denn du? Okay, jetzt mal gucken, was bei seinem Zettel steht. Uh, du musst deinen Kopf ins Klo stecken. Was ist denn, Alter? Warte, 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 warte. Mit Kabel, los. Klo stecken. Das war so heftig. Das sehe ich dir, Alter. Los, steck den Klo. Komm, du komm mal. Mein Klo. Ich kann dir, Alter. Warte, los, los, ich klingel. Hat ihr es gesehen? So eklig. So heftig. Warte, ich putze deinen. Der Lamp ist kaputt. Ich kann mich richtig erschrecken. Also, komm, wir machen jetzt. Okay, zieh. Ich hab richtig Angst. Okay. Ich muss meinen Kopf gehen. Sei leise. Bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Was gut ist, schmeiß dich runter. Echt, dein Ernst. Spannst du dich runter. Spannst du dich runter. Spannst du dich runter. Du musst Mama nerven. Mein Mutti ist leider nicht mehr. Und mein Vater auch nicht. Er muss meine Mutti nerven. Aber es ist nicht mehr. Ich muss ihn lassen. Okay! Okay, jetzt sind wir. Wir gehen nicht von mir leer. Ich muss tanzen. Guck. Du musst tanzen. Warte hier. Du musst tanzen. Mach. Nimm so. Okay. Noch eins übrig. Und da steht. Warte. Da steht. Du musst Black Dance tanzen. Warte. Was denn? Warte mal gucken. Warte mal gucken. Falsch. F*** you. Wie macht man Black Dance? Okay, das war mit unserer Folge. Fließt oder fließt. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und abonniert uns. Tschüss.